Die Schubert und Braun Prothesenwerk GmbH ist auf die Herstellung von individuell gefertigten Silikonprothesen spezialisiert. Dabei vereinen die Dresdner höchstes kosmetisches Niveau mit passiven Bewegungsmöglichkeiten. Es gibt grundsätzlich schon nur wenige Firmen weltweit, die sich mit der individuellen Silikontechnik beschäftigen. Das in Kombination mit den 3D gedruckten Prothesenhänden, die wir in die Hände integrieren, das ist bahnbrechend. Es gibt auch keine andere Firma, die das so weltweit baut. Hergestellt werden die Passteile mittels einer 3D-Drucktechnologie, nachdem sie vorher individuell als Digitalmodell erstellt wurden. Die Prothesen sind in 34 Größen verfügbar. In Handarbeit werden die Silikonüberzüge individuell angepasst. Wir sehen uns jeden Bereich der Haut an, wir sehen uns den Handrücken an, wir sehen uns die Knöchel an, die Zwischenbereiche zwischen den Knöcheln und nehmen überall die Farben und setzen das dann in der Prothese um, bis hin zu den Fingernägeln und die Patientinnen können dann sogar ihre Fingernägel lackieren. Mit den passiv beweglichen Prothesen können die Amputierten die Hand in natürliche Positionen bringen und haben die Möglichkeit, Gegenstände zu greifen oder Geräte zu bedienen. Neben dem authentischen Erscheinungsbild ein echter Mehrwert und ein großes Stück Lebensqualität. Funktion, Leichtigkeit, Ästhetik.